Das größte Rollenspiel aller Zeiten. Ich spreche natürlich von Dungeons & Dragons. Mit Baldur's Gate 1 hat im Jahr 1998 das berühmte Pen & Paper System eine würdige PC-Umsetzung bekommen. Baldur's Gate war ein Meilenstein der Rollenspielgeschichte und hat einen Grundstein für viele nachfolgende CRPGs gelegt. Ich habe in den vergangenen Wochen die Extended Edition aus dem Jahr 2013 gespielt und möchte nun die Frage beantworten, ob dieser Mega-Klassiker im 21. Jahrhundert noch mithalten kann. Mit dem Pathfinder-Spielen, Pillars of Eternity und Divinity Original Sin haben wir sicherlich eine Menge grandioser Konkurrenten. Lasst mich erst ein paar Worte zum Abenteuer Aufhänger loswerden. Das Spiel beginnt in der Kerzenburg an der Schwertküste Feruns. Wer sich im D&D-Kanon auskennt, wird wissen, dass es sich um das Kampagnen-Setting der Vergessenen Reiche handelt. Neben Baldur's Gate sind auch die Spiele Icewind Dale und Neverwinter Nights dort angesiedelt. Wir bespielen also ein etabliertes Fantasy-Setting und erkunden berühmte Städte wie eben die namensgebende Stadt Baldur's Tor. Aber dorthin verschlägt es uns erst im späteren Verlauf des Spiels. Zurück zur Kerzenburg. Eine überstürzte Anweisung unseres Ziehvaters und Zauberers Gorion zwingt uns dazu, die Stadt zu verlassen und in Richtung freundlicher Arm zu fliehen. Gemeinsam mit dem Zauberer machen wir uns also in einer Nacht-und-Nebel-Aktion auf den Weg in die Wildnis. Wie befürchtet drohen unmittelbare Gefahren, denn wir werden auch direkt von einer Gruppe Banditen angegriffen. Während unser Hauptprotagonist fliehen kann, wird Gorion kaltblütig ermordet. So beginnt also unsere Reise in Richtung freundlicher Arm, wo wir auf neue Gefährten treffen. Kleiner Einschub, wir können im Verlauf des Spiels eine Gruppe von bis zu sechs Charakteren gleichzeitig befehligen. Achtung, nicht jeder ist uns freundlich gesonnen, denn anscheinend wird Jagd auf uns gemacht. Schnell wird außerdem klar, dass entlang der gesamten Schwertküste Banditenangriffe zugenommen haben und ein außerordentlicher Erzmangel die Ländereien beschäftigt. Die Geschichte erfüllt für mich alles, was ich mir unter einer guten Erzählung vorstelle. Wir haben einen großen Konflikt in der Welt, einen mysteriösen Widersacher, welcher sich nach und nach zu erkennen gibt. Wir haben eine persönliche Motivation, um dieses Übel in der Welt zu beseitigen. Wir haben dutzende Gefährten mit unterschiedlichen Hintergründen, Beweggründen und einen eigenen moralischen Kompass. Wir können die Geschichte als eigener Bösewicht oder aber als rechtschaffen gute Persönlichkeit erleben. Und wir haben über den allumfassenden Handlungsbogen einzelne kleinere Höhepunkte, die sich über die insgesamt sieben Kapitel offenbaren. Darüber hinaus bekommen wir es mit kuriosen kleinen Nebenaufgaben überall verstreut entlang der Schwertküste zu tun. Die Präsentation der Extended Edition geht für mich weitestgehend klar. Durch die grafische Aufbereitung im Jahr 2013 lässt sich Baldur's Gate auch auf einem Ultra-HD-Bildschirm problemlos spielen. Natürlich kann man keine Augenweide erwarten, aber die skalierten Texturen und Schriftgrößen geben dennoch insgesamt ein ästhetisches Ergebnis ab. Situationsabhängig können wir stufenlos zoomen, sodass wir entweder große Areale überblicken können oder eben ganz nah am Geschehen sind. Im komplett rangesoomten Zustand fallen dann doch schon die Pixelgrafiken deutlich auf. Aber wie gesagt, es handelt sich hier um ein Spiel aus dem Jahr 1998. Machen wir uns nichts vor, in Baldur's Gate 1 gibt es ordentlich viel zu lesen. Vielleicht nicht so viel wie in den Planescape-Spielen, aber jedes Gespräch hat etliche Zeilen Text, die es zu lesen gibt. Wer darauf keine Lust hat, ist grundsätzlich bei dieser Art von Rollenspielen an der falschen Adresse, also hier auch in Baldur's Gate. Wirklich, wie das geschrieben ist, ist fantastisch. Ich bin hin und weg von dieser Tiefe der Charaktere, von der Emotionalität. Es ist überwältigend, wirklich, ganz toll. Dort klebe ich an den Texten, kann mich hineinversetzen, fühle mit den Darstellern mit. Baldur's Gate 1 ist eben nicht so. Deshalb erwische ich mich auch immer wieder dabei, vermeintlich unwichtige Textpassagen einfach zu überspringen. Ich habe aber auch nur die deutsche Übersetzung gespielt, zum englischen Original kann ich nichts sagen. Noch sprunghafter ist die Qualität der deutschen Vertonung. Nicht jeder Text ist vertont, aber diejenigen, die es sind, sind leider auf unterschiedlichem Niveau. Der Hauptdarsteller der wichtigen Zwischensequenzen verpackt sein gesprochenes Material in eintöniges Einerlei, in dem jede Emotion verloren geht. Ihr seid in einen Hinterhalt geraten und musstet zusehen, wie Gorion vor euren Augen ermordet wurde. Auch versuchen die Sprecher und Sprecherinnen verschiedener NPCs, verschiedene Dialekte zu bemühen. Jedoch entsteht bei mir eher der Eindruck der Wahllosigkeit, die tendenziell eher nervt, als dem Spiel dienlich ist. Dann sind auf der anderen Seite aber auch Sprecher dabei, die eine solide Arbeit leisten. Wie gesagt, sprunghafte Qualität eben. Auch sind wiederkehrende Phrasen unserer Partymitglieder eher demotivierend als beflügelnd. So hört man immer wieder als Reaktion Aussagen wie Oder Das könnte jedoch auch ein Hinweis auf die generelle Unzufriedenheit in der Gruppe sein. Zu diesem Thema komme ich aber später nochmals. Was soll's, die Vertonung ist nicht der Löwenanteil des Spiels. Worum es ja doch wirklich geht, ist das Gameplay. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Während nämlich die Story eine gute Figur macht, die Präsentation eher lediglich passabel wirkt, wollen wir uns einen Eindruck vom eigentlichen Gameplay machen. Der massive Vorteil eines Pen & Paper Rollenspiels ist die schiere Freiheit unserer Entscheidungen und die Möglichkeit, jede einzelne Konsequenz individuell zu gestalten. Baldur's Gate 1 versucht sich genau dieser Grundlage anzunehmen. Also möchte ich genau diese zwei Punkte näher unter die Lupe nehmen. Freiheit und Konsequenzen. Wir sind uns wohl einig, dass hinter einem Computerspiel kein Spielleiter sitzt, welcher spontan auf alles Gesagte und Getan reagieren kann. Es handelt sich immer noch um vordefinierte Möglichkeiten, die uns eine größtmögliche Freiheit suggerieren wollen. Während ich in den ersten 10 bis 15 Spielstunden das Gefühl hatte, mich immer zwischen einer guten und einer bösen Option entscheiden zu können, schien speziell für mich im späteren Verlauf die Handlung immer eingeschränkter zu werden, ohne dass ich mich da großartig wehren konnte. Ich kann nicht sagen, ob aufgrund meiner anfänglichen Entscheidung mein weiterer Spielverlauf enorm beeinflusst wurde oder ob die Freiheiten gegen Ende einfach immer spärlicher werden. Im Grunde genommen habe ich im letzten Drittel des Spiels fast nur die Wahl zwischen Pest und Cholera, also zwischen einer bösen und einer absolut bösen Handlung. Das führt uns nämlich direkt zu den Konsequenzen. Ich möchte hier nicht zu hart zu Gericht gehen, weil ich nicht weiß, ob ich mich einfach mehrfach dämlich angestellt habe und deshalb in einer Art Zwickmühle sitze. Im 6. und 7. Kapitel passieren einige Dinge, die dazu führen können, dass sich die gesamte Gruppe plötzlich auflöst, weil der Kurs viel zu böse geworden ist. Das Knifflige dabei ist, ich versuchte, ständig gute Entscheidungen zu treffen. Durch die eingeschränkten Möglichkeiten führt es aber dazu, dass ich mich immer tiefer in die Spirale des Bösen hinein navigiere. Das nimmt mir die Freiheiten, mich so zu entscheiden, wie ich eigentlich möchte. Die absolute Konsequenz ist dann die Auflösung meiner gesamten Truppe. Wenn hier also Leute zuschauen, die es auch schon gespielt haben und mich eines Besseren belehren können, weil sie es auch anders erlebt haben, so schreibt das doch sehr, sehr gerne in die Kommentare und lasst es uns wissen. Baldur's Gate geht nicht zimperlich mit falschen Entscheidungen um. Die Zielgruppe waren Spieler und Spielerinnen einer anderen Generation. Es gab nicht immer einen Weg zurück. Im härtesten Fall verpasst man einen Zeitpunkt der Rettung, was dazu führt, dass das ganze Spiel vorbei ist. Wer da nicht oft speichert und sich nicht an wichtigen Stellen Ladepunkte setzt, kann ein böses Erwachen bzw. einen schnellen Tod erleben. Manchmal kann eine Entscheidung eben sehr weitreichende Konsequenzen haben. Ist das nun gut oder ist das schlecht? Weder noch. Während moderne Spiele eher selten die Spieler in eine ausweglose Situation lassen, ist sich Baldur's Gate der Konsequenzen bewusst und zeigt es uns auch. Heutzutage wäre diese Designentscheidung mutig, vor 25 Jahren aber Usus. Auch beim Balancing des Schwierigkeitsgrades ist Baldur's Gate kein Zuckerschlecken und unterscheidet sich von aktuellen Genre-Vertretern. Wir haben 5 verschiedene Schwierigkeitsgrade zur Auswahl. Einfach, Normal, D&D-Regeln, schwer und wahnsinnig. Ich spiele auf dem Normalen Modus, also noch nicht einmal mit den exakten D&D-Regeln. Aber auch schon auf Normal kann es ziemlich schnell knifflig werden. Ich sage Kann, weil der Schwierigkeitsgrad etwas undurchsichtig ist. Manchmal sind wichtige Gegenspieler binnen Sekunden auf dem Boden, während einfaches Getier im Wald die Gruppe Mir nichts dir nichts zerlegen kann. Das führt gerne mal zu frustrierenden Momenten, weil man einen Kampf immer und immer wieder probieren muss, nur um auf besseres Würfelglück zu hoffen. Begegnungen sind tödlich. Das bedeutet, dass Gefährten auch nach einem einzigen Treffer tot zu Boden fallen können. Ohne weiteres Wiederbeleben geht da nicht. Man muss sich mächtiger Zauber bedienen, um die Figur wieder ins Reich der Lebenden zu bekommen. Also hat sich bei mir eine nervöse Schnellspeichern- und Schnellladen-Routine quer durch das gesamte Spiel eingeschlichen. Um brutale Kämpfe besser bestehen zu können, entwickelt man auch Strategien, wie man diese Kämpfe einfacher gestalten kann. Und das, obwohl das so von den Entwicklern sicher nicht vorgesehen war. Häufig lassen sich nämlich einzelne Gegner aus der Gruppe herausziehen, indem man ganz vorsichtig in den Sichtradius einzelner Gegner läuft. Nachdem dieser besiegt ist, kann gespeichert, gerastet und dann der nächste Gegner gezogen werden. Die Rast ist eine Spielmechanik, mit der wir unsere Gruppe wieder vollheilen können und unseren Pool an verfügbaren Zaubern wieder aufladen können. Apropos Würfelglück. Durch die Treffermechanik im Spiel kann es auch vorkommen, dass so manche Kämpfe viele Runden ohne einzigen Treffer ablaufen, so dass man seiner Gruppe beim unaufhörlichen Danebenschlagen zu sehen darf. Irgendwie ist das nicht so super aufregend. Aber gut, ich habe jetzt ziemlich viel gemeckert. Ich möchte das nicht einfach so stehen lassen. Deshalb kommt noch ein großes Aber zu meinen Ausführungen. Auch hier möchte Ballos Gate nämlich bewusst kein Ponyhof sein. Wer das Spiel casual-artig, wie ich spielt und einfach drauf loslegt, kann sicherlich ähnliche Erfahrungen machen. Wer das Spiel aber meistern will, sollte sich gründlich mit den Dungeons & Dragons Regeln befassen, um wirklich zu verstehen, was die spielerischen Möglichkeiten sind und was die Stärken und die Schwächen jedes einzelnen Gruppenmitgliedes sind. Wir werden als Spieler nicht an die Hand genommen. Es liegt an uns, das System zu verstehen. Das Advanced Dungeons & Dragons Regelwerk aus den 80ern ist ziemlich komplex und nicht alles ist selbsterklärend. Was bedeutet eine negative Rüstungsklasse? Wie genau zahlen Attributwerte auf die Stärken des Charakters ein? Wie kann man sich vor Basilisken schützen? Findet es selbst heraus? Baldos Gate ist ein Spiel aus dem Jahr 1998 und das merkt man dem Spieler auch an. Es nimmt den Spieler nicht an die Hand. Es ist schwer, es hat Macken und Kanten. Wer auf diese puristische Erfahrung Lust hat und tiefer in das D&D-Universum eintauchen möchte, der greife gerne zu Extended Edition zu. Wer jedoch auf moderne Interpretationen des Rollenspiels steht und das ein oder andere moderne Convenience-Feature benötigt, der sollte sich zuerst bei den aktuellen CRPDGs umschauen. Mit Pathfinder, Pillars of Eternity, Divinity Original Sin und Baldos Gate 3 gibt es sicherlich genügend modernes Material zu bespielen. Und beim nächsten Mal klären wir, ob man Baldos Gate 1 und 2 gespielt haben muss, um Baldos Gate 3 zu verstehen. So machen wir es, oder? Bis dahin, gehabt euch wohl und eine schöne Woche.